Das reicht nicht Das reicht nicht Ähm Ich muss aber den Rest schon mal hinbauen Alter was hier alles für Scheiße gibt Okay Ich guck mal nach Maserator Crowey Und Monster Spawner können wir auch machen Nee Crowey, Redstone, Iron, Gold Ein Maserator Ach ne Gold? Flint Äh, dann noch Das Matze pack mal bitte drei Flints raus Flints Ja, drei Stück Haben kein Flint Doch, haben wir Aber nicht hier in der Küche Dann haben wir es anders Bei Klumber zu lassen Ja, da ist ein Flint Ja, wir haben irgendwo noch Gravelle da Ja Kann sein Crowey, äh Iron Deer Ja Haben wir doch Dann müsste das ja jetzt einfach Warte mal Weg, weg Weg So, dann kommst du da rein So 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 Dann kommt das heißen Jawohl Jetzt haben wir Eine Iron Geary Überhaupt Drei Okay So So Auch so Dann brauchen wir Dann brauchen wir Copley So Drei Iron Dinger Dann brauchen wir noch Vier Stück Noch vier Noch vier Solche Gear Äh Ja Elektronischer Dings da Kurz FBS So Haben wir noch Refined Iron Äh Keine Ahnung Ähm Äh Steine brauche ich Man Maschinen blocken wir auf jeden Fall Das brauchen wir nämlich Red Storm Red Storm Vier 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 Nicht Fünf Vier So Boah wie das alles gemacht ist Pined Iron So Dann Eisen Dann brauchen wir Zwei Glaub ich Zwei Ja Jeweils Zwei Paktisch brauchen wir hier auch nochmal Vier Richtig So Brauchen wir jetzt sieben Achso Ja So So Dann brauche ich jetzt äh Diamanten Ne Ich baue mir Bauen ne Diamantspitze Zag Erst Oder Äh Es ist ja eigentlich egal Eigentlich Ja Ist auch egal Glaub ich Bauen wir denn da Auf jeden Fall Fuck wir haben zu wenig Diamanten Dann gehe ich erstmal farmen Und dann Und dann Dronix circuit Ich mach Ja Maschinenblock Ja Paar Spitzhacken machen Zack Ja ich hab nen Matzerator gemacht Nice Und für was ist das dann gut? Ja Ähm Lass mal kurz pennen Alles klar Schnack So da sind wir wieder wach Der Matzerator der kann aus allem möglichen Zeug Staub machen Achso läuft bei dem Ja Und der wird betrieben mit was? Mit Strom Ah ok Probier mal ob Achso Ich schmeiß mal die Wrench in den Werkzeugkasten rein Ach nur über Batterie Geht da glaube ich Dann würde ich sagen dann bauen wir uns mal irgendwo runter Ich mach noch ne Schaufel mit Nicht ne Hau Ne Hure Ne Hure Ne Hure Ne Hure Ne Hure Ne Hure Das ist natürlich ein bisschen kacke Soll ich mitnehmen Wollen wir uns noch ein bisschen Proud 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 Kleder 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 Ja Kleder Ach da war schon niemand drin Ach da war ich doch schon drin Ich brauche mich da jetzt runter Irrschen wie Ja Ähm Wie viel Dinger brauchen wir da? 7 oder 6 6 6 Was für Dinger Ja 6 6 6 Branche brauchen Achso Ja Ach dann können wir jetzt auch Kohle-Dust machen Ja Nice Ok 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 Wir haben Batterie Speizleer Uh 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 Posse Äh 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 Kupfer mein ich Ähm Boah Hey Creeper was geht Pick nicht mit dem Ficker Junge Was Pick nicht mit dem Ficker Ja Ok Hey meinst du wenn Creeper da rein stecken, dass dann auch Schwarzpulver rauskommt? Haha Bestimmt Ja bestimmt Hau kriegst du ihn da erstmal rein Easy Ok Und du schockst Ja Das schockt mich jetzt gerade Was Ähm Und zwar Wie viel kann denn der Generator speichern weißt du das zufällig? Ne Muss gucken Das müsste doch dran stehen Oder nicht? Keine Ahnung Oh ich äh Was soll ich machen? Ach ich bin jetzt gleich in der Höhle wo ich schon drin war oder was? Ja man Das finde ich jetzt aber nicht so lustig Achso ich brauche noch 10 Ich baue mal einfach wieder alles ab was so kommt Wo gab es am meisten Diamanten? Soll ich einen Screenshot gemacht? Ähm Wow Bitte du du Geht den geraden weg? wym Okay Wenn du das sagst Jaja Ja Au Hi O hier ist schon mal Gold So wie es aussieht Eisen wäre auch nicht schlecht Ah ne, sogar Eisen. Was? Mixed Metal in grad. Okay, das bringt so. Was? Mixed Metal? Mixed. Achso.